So, so, so. Dann will ich schauen und dann geht's los. Ich will als erstes immer dem Geld. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Dann stoppen wir schon auf Coruscant. So, so. Warten Sie die Untersuchungen und Produktvorschläge ab. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So, wenn wir den Geldmanns da holen. Dann reichte es bis hierher. Da langt noch ein Schatz. Das Lehnschwanz, was ist das denn? Geschenk. Das Lehnschwanz, ist das. Hey, was schießt denn hier auf den? Der schießt selber. Ist der dämlich? Der schießt selber. Erste Münze. Der schießt selber. Der schießt selber. Der schießt selber. Der schießt selber. es ist ja sein können dass du schon weitergereist ist hey ich bin gerade mal eben über dir und ich bin seit zwei oder drei questionen der eigentlich das mit dem level hat sowieso komischerweise nicht zu sagen weil ich war mit mein level 18 schon hier und ich habe in der anderen welt nicht großartig gefahren und ich habe nur die quest gemacht hatte ja da komischerweise andere und mehr feste du hast aber bestimmt auch xp muss immer eingesetzt habe ich immer noch meine gewisse zeit lang und wenn ich dann für eine halbe stunde spiele wieder weg muss verschwinde ich die helfe und drei minzen noch Ich habe den Weg keinen Zug. Ich habe den Weg nicht verloren. Ich habe den Weg nicht verloren. Ich habe den Weg nicht verloren. Jetzt tauchen sie da oben auf Furcht weg. Okay, Mann, Mann, Mann. So, eins, zwei Münzen wieder. Genau, noch eins. Geht das hier auf Chaos stand eigentlich vor der Tempelzerstörung? Weißt du das oder danach? Das ist danach. Okay. Ich war ja schon. Ich war ja schon. Zumindest für eine Quest. Ich denke mal, da werden noch mehr ankommen. So, wir bringen jetzt mal die Dinger weg. Ich bin dein Dopp-Six. Ja. Ah! Das war's für heute. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Seht euch ruhig um. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willkommen, bitte wählen Sie eine verfügbare Reisehund. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ich wünsche Ihnen einen Aufenthalt. Ich wünsche Ihnen einen Aufenthalt. Ehrenwerter Jedi, bitte erübrigt einen Moment für mich. Ich grüße euch im Namen des großen und ehrenwerten Senators Doli Bobark. Der Senator schickt mich als seinen Abgeordneten, auch wenn er gerne selbst hier wäre. Er mischt sich gern unter das Volk. Der Senator klingt wie ein wunderbarer Mann. Oh, er ist wirklich der wunderbarste Mann, den ich je getroffen habe. Heute hat mich der Senator ausgesandt, tapfere und loyale Bürger zu finden, die bei einer Sicherheitskrise helfen sollen. Es geht um sein Anliegen, den Ruhm der Republik und unsere technologische Überlegenheit wiederherzustellen. Das ist in der Nähe da, wo du deine sieben Tokens gesammelt hattest. Ihr solltet nach Gleichgewicht streben, nicht nach Herrschaft. Ganz genau. Und Senator Barks Vision ist es, dieses Gleichgewicht wiederhergestellt zu sehen. Erst kürzlich wollte der Senator eine Lieferung Computerchips erwerben. Fortschrittliche Hardware, die der Republik völlig neue Möglichkeiten bieten kann. Nur leider wurde diese Lieferung von der Händlergilde der Migranten gekapert. Und die Sicherheit der Republik hat Sorge, sich mit den Schlägern der Gilde anzulegen. Und jetzt sucht ihr nach Hilfe von Dritten? Ganz genau. Der Senator sagt, dass dieses Problem sowieso die Kompetenz der Sicherheitskräfte übersteigt. Das Bergen der Chip-Lieferung von der Gilde wäre ein immens wichtiger Dienst für Senator Bark und die Republik. Ein Jedi-Ritter muss stets der Republik dienen. Der Senator wird höchst erfreut sein, wenn er hört, dass ein Jedi behilflich ist. Um herauszufinden, wo die Gilde die Lieferung des Senators versteckt hat, müsst ihr mit Sicherheitskept'n Denal Sonn reden. Er leitete die Untersuchung. Bringt dann die Lieferung zurück zu Senator Barks Büro im Senatsgebäude. Ich bin mir sicher, er wird euch persönlich danken wollen. Er leitete die Lieferung des Senators. 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 Laut Sicherheitskommunikationsverordnung 1195 ist die Konversation mit Nichtsicherheitspersonal auf ein Minimum zu reduzieren. Beeilt euch! Ich bin Käpt'n Denalson. Senator Bax Page hat mir befohlen, euch Informationen zu den gestohlenen Gütern des Senators zu geben. Wo kann ich die Lieferung finden? Wisst ihr, ich arbeite nicht für ihn. Wenn ihr diese Information wollt, müssen wir zunächst eine Vereinbarung treffen. Hat euch der Kumpan des Senators gesagt, wo diese Lieferung herkam? Oder wofür diese Computerchips bestimmt sind? Nun, da ihr es erwähnt... Nein, er hat nichts über die Chips gesagt. Ich bin nicht überrascht. Diese Politiker verschweigen gerne einmal die Details. Die Chips stammen vom Planeten Rylod. Sie steuern Sklavenüberwachungshalsbänder. Nach Republikgesetz 4412 sind rylodianische Sklavenhalsbänder und deren Chips illegal in der Republik. Selbst für Senatoren. Bax muss sich der Gesetze bewusst sein. Sicherlich. Er denkt nur, sie würden für ihn nicht gelten. Unser konkretes Problem ist, dass diese Sklavenhalsbandchips in der ganzen Händlergilde der Migranten verteilt sind. Am wichtigsten ist es, die Lieferung wieder zusammenzutragen. Bringt mir danach die Chips und ich sorge dafür, dass sie zerstört werden. Beabsichtigt ihr Senator Bark dafür zu bestrafen? Das entscheide nicht ich. Meine Vorgesetzten entscheiden, wie es weitergeht. Findet die Chips und verschwindet aus dem Gildenlagerhaus. Sobald ihr alles habt, rate ich, sollten wir uns um die Lieferung kümmern und nicht um den Senator. Was ist denn dort in die Richtung? Ach, okay. Wo sollen die sein? Ach, da oben kommt wo. Oh, ich habe einen Holocron. Da oben, ich komme nicht ran. Oh, ich habe es geschafft. Oh, ich habe es geschafft. Und eine Lootkiste gönne ich mir. Oh, ich hoffe, dass wir sie sehen, das ist. Oh, 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 oh. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Ja, 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 okay. Ich bin halt auch davon ausgegangen, dass die, äh, dass man die hier umnieten muss. Egal. Na, die halt eh nichts können. Ist mir das ziemlich egal. Moin, Alf. Warum bin ich meine Tokens? Hä? Was für Tokens? Was sind Chips? Vor allem, du hast die mir jetzt geklaut. wof. Na, es geht nicht. da drüben wo du jetzt ja da drüben wo du hin rennst da war ich auch schon die müssen sogar wieder respawn sein hier gibt es aber kisten meinst du ja fünf stück gibt es da drüben da hinten soll ich eins zwei ok echt mich schon wieder ein bisschen wütend dass man die klauen kann ja ja Letzter. 2... Ich brauche ja nur einen Kreislaufen dann, die respawnen die schon wieder. Jetzt ist die Frage... Wer gebe ich die Chips? Dem Senator oder dem anderen Dulli? Ich bin eigentlich Senator, falls nicht der andere Dulli diesen Soldaten mangst. Glaube ich nicht, was wäre denn mit Chips? Der will ja vernichten, ne? Ach so. Ja gut, das kann auch sein. Du hättest zuhören müssen. Ich habe so viele Festzahlen genommen, ich weiß nicht mehr welche zu was gehört. Ich arbeite jetzt nach und nach ab, bis ich Stufe 20 habe und dann muss ich mir was kaufen gehen. So. Der muss für einen Gleiter kaufen gehen. Oder was? Gleiter besitze ich ja schon. Schon seit, äh, Join of Typhoon sind sich Zweckleiter. Oh... Sieh mal einer an, was das Wampa apportiert hat. Ich hatte langsam Sorge, ob wir uns nochmal wiedersehen würden. Habt ihr die Lieferung Sklavenhalsbandchips bekommen? Äh... Was ist alles so belohnt? Was wolltest du? Ähm... Ich wollte wissen oder fragen, ob du es weißt, ob man irgendwie in einem anderen Spiel ausgeben, Schäden, etc. kommt. Ähm... Oh, das ist ne gute Frage. Das ist ne gute Frage, aber die Dinger sind sowieso gebunden. Da steht man dabei. Ja. Äh... Was hab ich denn hier? Das, das, das. Hier kriegst du ein Geschenk wieder. Du weißt, kann ich alles verkaufen. Wir fehlen jetzt noch... Ja... 17.000 XP. Die nächste Quest führt mich tatsächlich wieder dahin. Aber das ist die Hauptquest, die mach ich noch nicht. Da geht's nach wie nur gründet und die Gesichtsverkäufe. Falscher Eingang. Ähm... Wenn du es noch nicht, äh, gemacht hast, die Quest, dann würdest du dich über die Quest freuen. Ich sag nur, äh, halbnackte Tänzerin. Welche Quest denn? Ich weiß nicht wie die heißt, das ist so ne Nebenquest hier auch. Ist ne... Ja... Mehrere. Wirklich... Du kennst doch den Umhang, den, äh, Lea in Jabba's Palast angehabt hat. Ja. Ja, den da mit mehreren. Die Taxikaufnahmen sind geöffnet. Ähm... In guten wie in schlechten Zeiten heißt die Quest. Hab ich nicht. Okay. Ich hab alle Quests angenommen, die ich annehmen konnte, wo ich hier gelandet bin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ich hab schon wieder unterschieden. Naja, bestimmt. Ja, bei der Civ-Seite hatten wir wirklich ziemlich die selben Nebenquest. Die hatte jeder. Ja. Das wäre eben wunderbar. Das ist halt so. Oder ich, das sind noch Fest, die ich bei der Raumstation angenommen hab. Für... Chorus-Sund halt. Da konnte ich keine für Chorus-Sund annehmen. Doch, das sind so komische Terminals. Ich kenn das Terminal. Da war ich ja, wo ich die hier auf Chorus-Sund angenommen hab. Aber ich hatte auf der Raumstation keine für Chorus-Sund. Ich konnte die erst hier annehmen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Wir sind einsatzbereit. Gehren Sie auf Ihren Posten zurück. Für Arne hab ich... 87.000 zum Arne 4. So... Du meintest, hier unten soll ein Polokon sein. Kannst du weiter ein Swimhafen? Das ist eigentlich überhaupt nicht versteckt. Das liegt mitten auf dem Weg. Und wird bewacht von so einem Gebäude. Da... Und dann hören, keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß ja leider nicht, wo du da bist. Da unten, da unten hab ich die Toten gesammelt. Wenn ich jetzt hier runtergehe... Da... Ich schau aber halt auf nichts. Schl�. Ja! Oh, wie ist das? W thankful auch... Gas Kevin. Oh, aber da hast du eine Hutkiste auf jeden Fall. Oh, der leckt mich doch nicht gut aus. Okay, also hier unten ist auf jeden Fall nichts. Ähm, dann kann es nur da hinten irgendwo sein. Da hatte ich auch nichts gesehen. Okay. 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 We on! Das war's für heute. Ok, hier unten ist dann auch... hier gibt es auch hier eine Quest. Ich suche hier einen Kolokon, soll hier versteckt sein. Ich kann gleich nach meinem Kampf nochmal genauer bei dem Stream schauen, wo du bist. Ich hatte nur gerade einen äußeren Nerv. Was meint ihr damit? Ihr seid wohl neu hier. Die schwarze Sonne ist die schlimmste Bande auf Coruscant. Sie plagen den ganzen Sektor. Die Leute wagen sich nur aus der Wohnung, wenn sie sich Vorräte zusammenklauen müssen. Ohne Sicherheitskräfte haben sie keine Zukunft. Und jetzt hat die schwarze Sonne auch noch ein neues Spiel. Sie nennen es Burm. Das bedarf einer Erklärung. Die schwarze Sonne klaut Vorratskisten der Republik, entleert sie und spickt sie mit Sprengstoff. Dann stellen sie die Kisten auf die Straße und schließen Wetten ab, wann der erste nahe kommt, um sie zu öffnen. Warum sollte jemand so etwas tun? Ich weiß nicht. Wenn ihr nett sein wollt, geht davon aus, dass die schwarze Sonne irgendwie krank ist. Ich habe es nicht glauben wollen, bis ich es selbst gesehen habe. Eine Frau, die in die Luft gejagt wurde. Ich wollte die Kisten selbst entschärfen. Die Mechanik ist einfach genug. Aber die schwarze Sonne ist überall. Beim letzten Mal hätte ich fast dran glauben müssen. Mit der schwarzen Sonne komme ich schon klar. Ich will das in Ordnung bringen. Das ist... Danke sehr. Genau das wollte ich hören. Die Sprengladungen der schwarzen Sonne sind simpel. Ich kann euch zeigen, was zu tun ist. Was ihr mir hier tun könnt. Ich bin in jedem Fall dankbar. Aber nehmt euch in Acht. Achso, du redest gerade, oder? Ne ne, ich bin schon vorbei. Okay. Du kennst doch da noch, wo ich gestorben bin. Durch diesen Ober... äh... Weltenboss-Dingsbums. Ey, das ist am Arsch der Welt. Das ist nicht hier, Darko. Das ist nicht hier, wo ich bin. Aber da hatten wir uns getroffen, wo ich dir das gesagt habe. Ja, und da... Dort das Holocon hatte ich schon. Achso. Ja, okay. Das war gelb und das war da halt mitten auf dem Weg. Ja, das hatte ich schon. Du hast gesagt, da wo ich diese, äh... Coins gesammelt hatte. Und... Da bin ich, schätze. Was heißt, ich bin jetzt umsonst hierher gekommen. Ich hab die Coins da gesammelt und bin jedenfalls am Arsch. Aber ja, wenn du das schon hast, dann tut's mir leid. Ähm... Südlich von dir... Da... Wär jetzt witzig, wenn da noch eins ist. Du meinst hier unten, äh... Metal-Scopter, hier soll noch eins sein? Da... 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 Ziemlich genau südlich von dir. Ich schau grad nach... Und noch... Okay, danke. Ähm... Ich muss da... Also, da... Warten Sie die Untersuchung und Produkte. Ach stopp, ich habe hier einen Rucksack, rote Lichtdurchlässigertes Teil, melden Sie Ihre Beschwerden, Sie sind einsatzparat, kehren Sie auf Ihren Kostik zurück, das ist ein Kristall, die kann ich verkaufen, ach so, das ist kein Lichtschwerteres Kostik, naja, 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 Kostik, Kostik, Kostik 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 Ähm, dahinter muss ich, das hier ist noch ziemlich südlich. Soll ich hier, das hier ist noch nicht so schön, das hier ist noch nicht so schön. Okay. Lass mich hier raus. Na hoch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo wollte ich gar nicht denn? Äh, das heißt hier unten ist noch weiter südlich. Ja, das heißt hier unten ist noch weiter südlich. Ja, das heißt hier unten ist noch weiter südlich. Ich werde mich jetzt aber hier kurz mal hinsetzen und ne kleine 5 Minuten Pause machen. Ja, das heißt hier unten ist noch weiter südlich. Ja, das heißt hier unten ist noch weiter südlich. Ja, das heißt hier unten ist noch weiter südlich. Ja, das heißt hier unten ist noch weiter südlich.